Hi Leute, wir im In-Tour... Okay, machen wir mal Test, Test und hier Test, Test, verstehst du den Test? Was ich gerade eben schon gesehen habe, sollte man vielleicht das Fenster zumachen? Ja, okay, ich schaue wahrscheinlich so blöd. Und heute geht es um einen, der wirklich... Okay, probieren wir nochmal. Hi Leute, wie ihr im In-Tour geauft habe und wie er sich so seit einem Jahr bei mir im Sortiment schlägt, das zeige ich euch jetzt. Sortiment. Dick mich am Arsch, Sortiment. Sortiment. Ein bisschen stickig drin, aber das ist schon wichtig. Soll man vielleicht das Fenster zumachen? Stickig drin, das Fenster zumachen. Stickig drin, das Fenster zumachen. Stickig drin, das Fenster zumachen. Stickig drin. Alles für den Dackel, alles für den Klub. Okay, kommen wir zum Fazit. Genau. Genau. So. Ein Mixer für die Champions League, der Battlemixer. Champions League, der Battlemixer. Alles für die Champions League, der Battlemixer. Alter. Hab mich wirklich überzeugt. Hab mich wirklich überzeugt. Zweimal überzeugt. Mein Gott, Sebastian! Okay. Kommen wir zum Fazit des Pioneer DJM S9. Ja, Fazit. Sehr, okay. Ähm, Fazit.